8,8% Dividende, schon ein relativ schöner Kursgewinn bis zum aktuellen Zeitpunkt. Es hat schon seinen Grund, warum die BRT-Aktie eine unserer Kanalaktien ist. Seit über 20 Jahren bin ich dabei, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Das heißt, ich mache im Endeffekt einen antizyklischen Ansatz. Ich kaufe immer hier unten in die Tiefpunkte rein und dann gucke ich immer, dass ich von der darauffolgenden Aufwärtsbewegung so viel wie möglich mitnehme. Und ja, jetzt haben wir hier die BRT-Abwärtsbewegung gehabt. Ich muss sagen, die war ziemlich schwierig abzupassen. Normalerweise haben wir da eine sehr gute Trefferquote, um hier so Tiefpunkte zu identifizieren. Ihr seht hier unten diese grünen Peaks. Das sind so unsere Hobby-Signale und ja, das sind so die Momente, wo mein System so sagt, hey Stefan, guck dir das Ganze mal an. Das könnte gerade durchaus ein spannendes Investment sein. Und du siehst hier, beim letzten Mal war es so, dass wir bereits hier auf dieser Bodenbildung hier, dass dort mein System schon ziemlich stark ausgeschlagen hat, dann nochmal ausgeschlagen hat, hier bei dem Punkt und dann da unten. Das heißt, wir haben im Endeffekt drei Momente gehabt, beziehungsweise zwei Fehlversuche. Das ist jetzt nicht so erfreulich, aber so pro Fehlversuch verliere ich normalerweise so 4-5% oder sowas. Das heißt, wir reden jetzt aber davon, dass so 10% da weg sind. Und ich mache halt immer so ungefähr die Hälfte der Rendite, wenn es dann rauf geht. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr so unter 15% fallen. Das ist also ganz okay, eine Dividende gekriegt in der Zwischenzeit. Aber ist doch nicht so richtig das Grüne vom Ei, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem ist es so, ich habe jetzt ja vor drei Wochen das letzte Video zu BAT gemacht, weil wie gesagt, es gehört zu unseren Kanalaktien, müssen wir uns das regelmäßig angucken. Und die Idee ist halt, dass ich euch bei den Kanalaktien so ein bisschen begleite, euch sage, wenn gerade gute Einstiegsmöglichkeiten sind und wir dann halt auch so ein bisschen den Verkaufsprozess so gut wie möglich halt optimieren. Ich selbst habe das alles automatisiert, wenn man so will, beim Verkaufen. Aber viele von euch arbeiten ja einfach mit Kurszielen oder so und damit müssen wir jetzt natürlich dann auch irgendwie umgehen, weil die Videos sind ja für euch und nicht für mich. Und deswegen möchte ich euch da jetzt einfach so gut wie möglich unterstützen. Vor drei Wochen hatte ich ja gesagt in meinem Video, so von wegen, ja, die Investmentbanken schicken BAT auf Talfahrt und ja, du kannst es hier sehen, das hat auch gut geklappt, ja. Und jetzt sind wir hier unten auf so einer Bodenbildung gerade und das könnte durchaus ein ganz interessanter Zeitpunkt sein. Das heißt, ich möchte mir mit dir jetzt einmal das Unternehmen anschauen, dann schauen wir wieder auf die Saisonalitäten. Wir schauen uns einmal an, wie sieht es gerade aus mit dem Aufwärtstrend, wie realistisch ist das, dass das jetzt gerade eine gute Einstiegssituation ist und für welche Strategien ist das Ganze natürlich geeignet. Also, wenn du da dabei sein willst, dann bleib mal dran. Ich schicke übrigens die Liste mit den Aktien, die gerade genau dieses Signal hier haben, jeden Tag raus, ja, also wenn du die auch auf dein Handy geschickt haben willst, dann trag dich gerne immer kostenlos ein am fokusinvestor.de und dann kannst du auch donnerstags am Investmentclub teilnehmen und lernst uns mal alle kennen, die auch halt so einen antizyklischen Ansatz verfolgen. Starten wir einmal mit dem wichtigsten und das ist die Dividendenrendite meiner Meinung nach. Die aktuelle Dividendenrendite für das Jahr 2024 wird aktuell geschätzt auf 8,8%. Damit sicherlich ein sehr guter Wert, ja, also ein absoluter Top-Wert würde ich mal sagen und insbesondere, haben wir im letzten Investmentclub auch darüber gesprochen, die Dividende, gerade hohe Dividenden, sind für europäische Aktien wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ja, wenn ihr euch anschaut, wie groß ist die Performance, ja, zum Beispiel Aktienrückkäufen bei Dividenden und so weiter, dann ist es halt so, dass wenn du sehr hohe Dividenden hast, das heißt so bei den Top 10% der Aktien dabei bist, du auf dem europäischen Markt mit Abstand die größten Chancen hast auf gute Kursgewinne. Zumindest was Dividendenaktien angeht, ja. Wenn du noch Wachstumsaktien mit dazu nimmst und so, dann ändert sich das Bild so ein bisschen, aber unter den Dividendenaktien sind vor allem diejenigen besonders lukrativ, die hohe Dividenden zahlen und BAT gehört dort natürlich mit dazu. Wenn wir solch eine hohe Dividende haben, dann gibt es natürlich einen weiteren Aspekt, wo man sich darüber Gedanken machen muss und das ist, wie realistisch ist es, dass diese Dividende aufrechterhalten werden kann. Und hier habe ich dir jetzt einmal die Geschäftszahlen mitgebracht. Wir haben hier in gelb die Größe des Konzerns. Wir haben in Rot die Marktkapitalisierung, also der Wert von allen Aktien zusammen. Wir haben in Blau das Eigenkapital, was so viel entspricht wie jetzt quasi dem Wert, den du kaufst, wenn du jetzt die Aktie dir ins Depot legst, wenn man so will. Also aktuell, um jetzt vielleicht mal direkt auf den Punkt einzugehen, wir haben gerade eine Marktkapitalisierung von 71 Milliarden, also wir sind jetzt deutlich höher als hier der Tiefpunkt zum Jahreswechsel. Wir sind jetzt ungefähr hier so auf dem Level gerade. Und für diese 71 Milliarden bekommst du jetzt halt momentan ungefähr 52 Milliarden an Eigenkapital. Man muss allerdings auch dazu sagen, du bekommst auch 70 Milliarden Schulden. Also muss man so ein bisschen aufpassen, muss man immer so ein bisschen Relation sehen an der Stelle natürlich. Wir machen, wie du hier sehen kannst, 27 Milliarden Umsatz. Das heißt, für jeden Euro Umsatz zahlst du so 1,50 ungefähr. Und du kannst hier sehen, wir hatten einen Verlust in 2023, der war zurückzuführen auf Abschreibung. Das heißt, die haben gesagt, unser Markenportfolio, was wir haben, das ist nicht mehr so viel wert, wie es mal wert war und haben deswegen ihre Marken abgeschrieben und haben dadurch imaginär, ich sag mal, einen Buchverlust erzeugt. Und dieser Verlust, der steht jetzt noch in den Büchern, machen Unternehmen in erster Linie, um sich die Steuern zu sparen. Dann lass uns als nächstes einmal, dann lass uns nochmal versuchen, den Konzern noch ein bisschen besser zu verstehen. Hier siehst du jetzt einmal die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, in die BAT aufgeteilt ist. Wir haben hier einmal den Bereich Combustibles, also die Verbrennerzigaretten, wenn man so will. Dann haben wir die ganzen neuartigen Produkte, ja, also zum Beispiel hier die Dampfer oder auch die klassischen oralen Produkte, also diese Kautabak und so ein Zeugs. Dann haben wir noch so andere, moderne und so weiter, ja, und dann noch die Heating Products, also diese Erhitzer. Also im Endeffekt ist es inzwischen so, wenn man jetzt einfach mal hier so zusammenzählt, ja, dass wir so Pi mal Daumen, würde ich sagen, 12 Prozent, ja, so diese neuartigen Zigaretten inzwischen haben am Umsatz. Das soll jetzt noch mehr sein, das soll jetzt bis auf 20 Prozent raufgegangen sein. Man kann sich ja auch sehr über das Thema streiten. Das ist ja so eine neue Einstiegszigarette, wenn man so will. Ganz viele, die früher nie geraucht hätten, sind jetzt ja inzwischen umgestiegen oder eingestiegen, wenn man so will, mit diesen ganzen Verdampfern. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch so aufrechterhalten bleibt, dass die, ja, erlaubt sind. Problematisch ist natürlich so ein bisschen, dass das auch so in Richtung Wasserpfeifen und so weiter geht. Und, ja, die Gefahr, die aktuell meiner Meinung nach besteht, ist durchaus, dass man sich fragen muss, hm, wird das vielleicht nicht verboten, so als Einstiegsdroge quasi, ne? Also, das ist, denke ich, die große Gefahr, so ähnlich wie die Mentholzigaretten ja auch mal verboten wurden. Als ich klein war, boah, wie alt war ich denn da? Da muss ich so sechs, sieben gewesen sein oder sowas. Da wurden die dann verboten, ja, das war so die, die, so eine Einstiegszigarette auch für viele, einfach weil sie sehr gut roch, ja. Und, ja, das war dann das Ende für die Mentholzigaretten. Weltweit gibt es sie natürlich immer noch, aber in Deutschland wurden sie halt verboten. Und die Gefahr besteht, glaube ich, auch mit den Verdampfern. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Dann habe ich dir jetzt hier nochmal mitgebracht, wie das so unternehmerisch alles funktioniert bei British American Tobacco. Hier haben wir den Umsatz, der hier aufgeteilt wird in die Bereiche, die wir uns gerade schon angeschaut haben. Dann haben wir hier einen sehr geringen Kostenteil. Dieser Kostenteil, ja, ist in erster Linie auf die Produktion zurückzuführen. Das heißt, ihr siehst schon, Zigaretten kosten halt fast nichts, ja, und werden mit einem sehr hohen Aufpreis quasi verkauft. Und dadurch entsteht ein sehr großer Profit. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, das ist so ein bisschen verzerrt, das Bild gerade bei British American Tobacco, aufgrund der anderen operativen Ausgaben, was halt vor allem die Abschreibungen sind. Und, aber wir können vielleicht mal auf den Rest so ein bisschen schauen. Also sie stecken momentan in Forschung und Entwicklung 181 Millionen, ja. Das ist jetzt mal in Anbetracht von 22 Milliarden Cross Profit, würde ich mal sagen, gar nichts, ja. Der Bereich Verwaltung und Verkauf kostet 1,2 Milliarden, das ist, denke ich, in Ordnung, ne. Also es ist jetzt relativ wenig, da sind Werbeausgaben und sowas dabei. Und ja, hier haben wir dann jetzt im Endeffekt das Pre-Tax Income, also das ist jetzt der Gewinn vor Steuern, der war jetzt halt negativ gewesen. Und deswegen haben sie halt auch eine negative Steuer bezahlt, beziehungsweise sie haben Steuern zurückbekommen in Höhe von 2,9 Milliarden. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne. Das Unternehmen das machen, um halt steuerliche Vorteile zu haben und in dem Fall haben sie halt sogar Geld zurückbekommen. Also die klassische Steuerrate liegt halt bei sowas wie 17 Prozent, damit halt auch relativ niedrig. Wie gesagt, deutsche Firmen haben ja Körperschaft und Gewerbesteuer. Da liegen wir normalerweise eher so in Größenordnung von 30 Prozent, ja. Das heißt, sowohl UK als auch USA sind ein deutlich attraktiveres Pflaster für die Unternehmen. Umgekehrt ist es so, dass für dich als Aktionär das eigentlich egal ist, weil durch die Doppelbesteuerungsabkommen, ja, hast du durchaus den Vorteil, dass du, ja, davon profitieren kannst, dass die eine geringere Steuerlast haben und du zahlst ja auf beide deine Kapitalertragssteuer von 25 Prozent als Privatperson. Kannst du noch ein bisschen geschickter machen, wenn du jetzt, ich sag mal, ein größeres Portfolio hast, dann lohnt sich vielleicht eine vermögensverwaltende GmbH oder über eine Stiftung oder so das Ganze zu regeln. Dann kannst du natürlich Kursgewinne potenziell steuerfrei bekommen. Wenn du übrigens diese ganzen Tools, die ich hier so benutze, mal ausprobieren willst, ich habe eigentlich für alle, also sowohl hier für Guru-Fokus, da kommen hier diese Darstellungen her, als halt auch für Stock 3 habe ich überall versucht zu Gutscheine und frei, als halt auch Stock 3, wo ich die Chartanalysen mache und jetzt hier zum Beispiel diese Unternehmenszahlen mir immer anschaue, ja, dafür habe ich euch, oder halt auch bei Stock 3, wo ich zum Beispiel mir hier diese Chartanalysen, oder halt zum Beispiel auch für Stock 3, wo ich mir sowohl hier die Fundamentalscharts als halt auch die Chartanalysen mache, da habe ich überall so kostenlose Monate und sowas versucht für euch auszuhandeln und noch Rabatte, also wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn du jetzt überlegst, in BRT zu investieren oder schon investiert bist, dann ist natürlich wichtig, was jetzt so in der Zukunft passiert. Du siehst hier die Schätzwerte für die Analysten, das sind übrigens die nachhaltigsten Schätzwerte, die du dir so angucken kannst, also wenn du dir Analystenmeinungen anguckst, diese Buy- und Hold-Ratings und so, die kannst du alle wegschmeißen, aber das Einzige, was du wirklich benutzen kannst, ist das hier, nämlich die Schätzung für die Entwicklung des Geschäftsmodells. Und ja, hier kannst du das sehr schön sehen, wir haben hier die Werte für 2024, 25, 26, 27, 28, also in der Zukunft und es gibt so ein paar Dinge, die meiner Meinung nach auffallen. Also die Meinung ist erstmal positiv, dass die Umsätze steigen sollen. Das ist auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, ein sehr erfreuliches Bild vom Prinzip her, weil wenn man so an Zigaretten denkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin eher so der Meinung, dass wir da eher so auf dem absteigenden Ast sind und dass immer weniger Leute rauchen und so weiter und das war in der Vergangenheit auch so, dass immer weniger geraucht wurde, aber die Preise wurden immer mehr erhöht und deswegen sind die Umsätze quasi gestiegen, also das ist so, dass wie das bei denen so aktuell funktioniert. Und ja, was können wir jetzt hier schön sehen? Wir sehen ansonsten noch das eBit und wir sehen hier unten die Größe des Konzerns und so weiter und du kannst hier sehen, die aktuelle Schätzung liegt halt wirklich bei 9% Dividende und das ist auf jeden Fall richtig super, also für 2025. Und wenn wir uns zum Beispiel die Dividendenzahlungen einfach mal anschauen, wie die jetzt so verlaufen sind, dann kannst du hier sehr schön sehen, dass es immer 4 Dividenden pro Jahr gibt, also es gibt eine Quartalsdividende bei British American Tobacco und die liegt aktuell ungefähr bei 0,58 Pfund und somit summiert sich das Ganze für 2024 jetzt auf 2,37 Pfund. Vielleicht einmal kurz dazu, zu diesem Ex-Datum und dem Zahltag. Es ist jetzt halt so, dass alle Aktionäre vom 26.09.2024 jetzt ihre Dividende am 1.11. ausgeschüttet bekommen. Das ist auch der Grund, warum an dem Tag dann immer schon der Aktienkurs noch ein bisschen fällt. Und ja, das ist also die Ausgangssituation, wir sehen, Dividenden wurden gesteigert, wir können mal gucken, ob wir irgendwo eine Dividendenkürzung finden und das siehst du jetzt hier einmal, also wir hatten hier eine Sonderdividende in 2016 und in 2015, da gab es noch, wenn ich das richtig sehe, haben die da noch 2 Dividenden jeweils ausgezahlt. Also da haben sie einmal so ein bisschen ihr Modell umgestellt, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, haben wir an sich eine sehr schöne Entwicklung, was die Dividende angeht und wie gesagt, die inzwischen halt auf einem quartalsmäßigen Auszahlzeitraum. Und das ist für mich halt besonders gut, ja, weil die durchschnittliche Haltedauer bei mir halt so ein gutes halbes Jahr ist, so 10 Monate ungefähr und dann bekomme ich natürlich regelmäßiger meine Dividende ausgeschüttet. Ja, also du siehst ja hier die Bewegung, also ich habe mich jetzt ja darauf spezialisiert, hier diese Aufwärtsbewegungen zu handeln, das heißt, das wäre für mich halt der Einstieg, wie du hier unten auch sehen kannst und dann nehme ich die Aufwärtsbewegung mit und wenn wir mal schauen, das ging jetzt hier halt über 1, 2, 3, 3,5 Jahre, also die Rendite war ziemlich schlecht bei der Aktie, wenn man ehrlich ist. Also 3 Jahre, 80% Rendite, das entsprach quasi ungefähr 20% hier pro Jahr, diese Entwicklung. Denkt dann, du darfst sie nicht plus rechnen, du musst sie multiplizieren, ja, mathematisch gesehen, deswegen ist das eine durchschnittliche Rendite von 20% gewesen. Davon mache ich aber immer nur so die Hälfte, dafür muss ich es auch nicht den ganzen Zeitraum halten, aber okay, das ist halt so, ich sage mal so meine Strategie im Endeffekt. Das heißt, für mich war die Rendite eher so in der Größenordnung 15% plus die Dividende, ja. Also durchaus ganz attraktiv jetzt hier die Aufwärtsbewegung, aber jetzt auch nicht so richtig exorbitant, ja. Also da haben wir manchmal Bewegungen, die deutlich schneller sind, aber dafür ist es halt ein langweiliges Geschäftsmodell mit der Dividende dazu und in der Höhe der Dividende ist das natürlich eine sehr attraktive Aktie. So, dann lass uns jetzt aber nochmal ins Eingemachte gehen. Heißt, ich gehe jetzt mit dir hier nochmal in meinen, ich nenne ihn mal Profichart, ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal anschauen, wie sieht es denn jetzt aus mit diesen Auf- und Abwärtsbewegungen, wie sieht es aus mit der Aufwärtsbewegung, ist die jetzt vorbei, können wir da jetzt noch einsteigen, wie ist die aktuelle Situation. So, wenn wir uns das mal angucken, erstmal einfach mal so auf den ersten Blick, ja. Wenn du einfach mal hier so ein bisschen rauszoomst und dir einfach mal die Bewegungen anschaust, die wir so hatten, dann siehst du, dass British American Tobacco durchaus dazu tendiert, wirklich lange Bewegungen zu machen, ja. Also es gibt wenige Bewegungen, die hier so unter 50% sind und das spricht erstmal dafür, dass es eher, naja, dass eher eine längere Bewegung durchaus realistisch ist. Des Weiteren ist es so, dass diese starken Dividendenaktien häufig so ein bisschen antizyklisch funktionieren, ja. Du kannst dir schon vorstellen, wenn die Zeiten ein bisschen unsicherer werden und die Zukunftsprognosen nicht mehr ganz so gut sind, dann ist es so, dass viele Aktionäre, halt ich sag mal so von diesen Wachstumsaktien, so ein bisschen in Richtung defensive Aktien rüber wechseln. Und das ist eine Bewegung, die wir jetzt auch im Investment Club, also wo wir uns da donnerstags immer zusammensetzen, online per Zoom, ja. Wo wir da auch jetzt schon ganz oft drüber gesprochen haben, dass es momentan irgendwie so wirkt, als ob wir dort so einen kleinen Shift sehen, ja. Ganz extrem ist das bei den Versorgern, ja. Also die Versorger, die haben unglaublich gut performt jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr. Und es war auch so ein bisschen einfach zu erwarten. Und BRT könnte ich mir vorstellen, dass die da jetzt einfach mitziehen, beziehungsweise noch so ein bisschen nachziehen in dem Bereich. Und deswegen glaube ich, dass die Situation gerade durchaus eine ganz attraktive ist. Und gerade mit der Dividende hast du natürlich die Möglichkeit, auch das lange auszusitzen. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über die möglichen Strategien sprechen, die jetzt gerade in BRT investieren könnten. So, ja, dann lass uns das mal anschauen. Und wenn wir solche eine Aufwärtsbewegung haben, vielleicht wie solche eine lange Aufwärtsbewegung, wie die hier von 2014 bis 2017, das war jetzt ja so eine Bewegung, ja, auf die wir jetzt im Endeffekt hoffen, ja. Dann kannst du halt so ein paar Dinge dort einfach sehen, ja. Also ich zeichne dir hier nochmal so ein bisschen die kleineren Bewegungen ein, ja. Also das sind die Schwankungen, die wir so quasi aushalten müssen, ja. Also wenn wir wirklich, so wie ich das halt mache, hier solche Aufwärtsbewegungen hier tracken wollen, beziehungsweise solche Bewegungen, ja, profitabel handeln wollen, dann ist es wirklich so, dass wir solche Rücksetzer, die so in eine Größenordnung 15%, 16% gehen oder so, dass wir die wirklich aussitzen müssen, ja. Und das ist aber so das, worauf ich mich halt spezialisiert habe. Das ist ein relativ entspanntes Modell, ja. Ich muss nur so alle zwei Wochen ungefähr eine Aktie kaufen und das macht es für mich halt sehr interessant. Und das ist auch das, warum inzwischen halt auch so viele bei mir, denke ich, in der Betreuung sind, weil es einfach eine sehr attraktive Sache ist. Und wir haben auch das beste Chancen-Risiko-Verhältnis im Vergleich jetzt zu so Day-Trading, Swing-Trading und so weiter. Aber dafür müssen wir natürlich ein bisschen dickeres Fell mitbringen. So, aber was ich dir eigentlich gerade zeigen wollte, wenn du solch eine Aufwärtsbewegung hast, dann gibt es immer wieder Rücksetzer. Die sind ganz normal und die gehören einfach mit dazu. In der Regel gehen diese Rücksetzer so ungefähr hier bis zur Mitte des Bandes oder vielleicht auch mal hier so nach unten auf die untere Kante des Bandes, ja. Und in so einem Aufwärtstrend, wenn der richtig Tempo hat, dann bewegen wir uns manchmal sogar oberhalb des Bandes oder halt hier immer bis zur Mitte ungefähr, ja. Und sobald wir hier anfangen, hier unten die unteren Grenzen auch mal zu touchieren, dann ist häufig schon ein bisschen Bewegung raus, ja. Aber wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, hier ging es danach dann nochmal ordentlich weiter, ja. Das heißt, das sind so normale Rücksetzer. Und wenn man jetzt sagt, man macht nicht wie ich solch ein Trendumkehrsystem, also bei mir ist es halt so, ich gucke ja immer wirklich, dass ich hier in diese Tiefpunkte reinkomme, ja. Entweder ich komme in den Tiefpunkt rein oder ich lasse es bleiben, ja. Es gibt diesen schönen Spruch von André Kostolani, ja, wo er so sagt, so, ja, einer Straßenbahn und einer Aktie sollte man nie hinterherlaufen, die nächste kommt bestimmt, ja. Heißt, für mich wäre der aktuelle Zeitpunkt bei BRT eher ein bisschen zu spät. Das liegt aber an meiner Strategie, ja, weil meine Strategie ist ja, ich steige hier unten ein, steige da oben aus. So, wenn ich mir das jetzt angucke, kann ich gerade da unten einsteigen? Nein, natürlich nicht, ja, weil wir jetzt gerade schon da oben sind, ja. Und das ist einfach so ein bisschen die Situation, die wir jetzt hier so beobachten müssen. Wenn du dir das Ganze jetzt anschaust, wir haben jetzt hier gerade einen Rücksetzer, der liegt gerade hier so in der Größenordnung 10,4%. Dieser Rücksetzer geht gerade so, naja, so ungefähr bis in die Mitte hier, ne, zwischen obere und untere Kante. Also, durchaus ein typischer Bereich, wo das Ganze jetzt umdreht. Was dafür sprechen würde, dass das jetzt hier so ein Rücksetzer ist, ist halt einfach, dass wir gerade so in der Größenordnung 10% sind und dass das durchaus eine ganz realistische Größenordnung ist, die häufiger bei BRT vorkommt. Wenn wir jetzt hier umkehren, würde das allerdings auch bedeuten, dass die Aktie ein sehr großes Tempo hat, ja. Ja, weil, habe ich ja vorhin gesagt, ne, wenn wir so sehr schnelle Aufwärtsbewegungen haben, dann finden die meistens oberhalb statt. Die Frage ist jetzt halt, trauen wir das British American Tobacco zu, ja oder nein, ja. Ich würde persönlich davon ausgehen eigentlich, dass der Rücksetzer eigentlich hier so in die Größenordnung 15% gehen müsste, ja. Also eher so bis Richtung Mitte des Bandes gehen, einfach, weil sonst das zu viel Tempo eigentlich für so eine relativ defensive Aktie ist, ja. Heißt nicht, dass das nicht auch mal passiert und dass das nicht mal vorkommt, ja, aber würde ich eher für unwahrscheinlich erachten. Trotzdem, du kannst es hier sehen, sind wir gerade in so einer Phase, wo wir hier gerade so eine Erholungsphase haben. So, gehen wir nochmal ein bisschen zurück, schauen wir uns einfach nochmal so die letzten Trendbewegungen an. Hier kannst du jetzt zum Beispiel auch mal hier diese 55% Bewegung sehen. Die hat auch erstmal hier so einen Satz nach oben gemacht. Auch da kann ich dir wieder die kürzeren Bewegungen mal einzeichnen. Da siehst du, da ist ganz schön viel passiert, ne. Also hier, ne, plus 18, minus 8, plus 9, minus 9, plus 17, minus 10, plus 10, minus 12, ja. Also das geht ordentlich rauf und runter, ja. Auch wenn das jetzt hier so auf den ersten Blick, wenn man sich das so anschaut, sieht das so aus, ach ja, hier ging es schön rauf, hier kam man einen Rücksetzer, da ging es weiter rauf. Ja, ja, Pustekuchen, ne. Da ging es richtig rauf und runter die ganze Zeit. Und, ja, das ist einfach das Leiden, was wir dort halt irgendwie mitnehmen müssen, ja. Oder was wir halt da einfach immer ertragen müssen. Und das ist auch das, was den Aktienhandel gar nicht so leicht macht. Und deswegen ist gerade die Automatisierung im Verkaufsprozess halt so eine wertvolle Strategie, meiner Meinung nach. Aber das muss natürlich jeder wissen, wie er das macht. So, was ich dir jetzt aber zeigen wollte ist, solch ein Aufwärtstrend findet immer in Wellen statt. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Einstieg gehabt. Also bei mir war der Einstieg jetzt hier hinten eigentlich, ne. Und dann kam ja nochmal der Rücksetzer auf das alte Level und von dort ging es dann rauf. Und, ja, wenn wir uns das anschauen. Und wenn du dir das hier anschaust, siehst du, dass hier erstmal diese Aufwärtsbewegung kam. Die hat in so zwei bis drei Wellen stattgefunden. Welle 1 ging so ungefähr bis hier. Dann kam sogar eine kleine Tiefabwärtsphase. Dann kam die nächste Welle nach oben, ja. Die ging dann ungefähr bis da so, ja. Und dann kam nochmal so eine Welle und dann kam eine längere Abwärtsphase. Und dann kam nochmal richtig Rendite. Und da ist der Großteil der Rendite entstanden. Das ist hier in dieser Aufwärtsbewegung, die dann irgendwo hier hinten zu Ende war. So, und der bestmögliche oder die möglichen Ausstiegszeitpunkte, die wir jetzt hatten, hier nach diesem letzten Berg, war einmal hier. Also wenn der Berg hier unter diese rote Linie fällt, ja. Das ist häufig immer ein ganz guter Moment, ja. Oder der zweite wäre jetzt hier hinten gewesen. Und ja, da hätte man eventuell auch auf die Idee kommen können, manuell auszusteigen. Oder man hätte natürlich das automatische System einfach weiterlaufen lassen können. Aber was du halt siehst ist, es gibt diese Wellen und es gibt immer diesen Punkt, wo man potenziell verkaufen könnte. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wo sind wir jetzt gerade? Also, wir hatten hier unseren Tiefpunkt. Dann hat sich hier so eine Seitwärtsphase ausgebildet. Siehst du hier das daran, dass wir hier so kleine Aufwärts- und Abwärtsberge haben, ja. Da hat die Aktie sich nicht so richtig entscheiden können. Das war eine klassische Stimmungsumschwungsphase, beziehungsweise wo einfach die Aktie halt so versucht hat herauszufinden, hey, gehe ich jetzt nach oben oder nach unten, wenn man so will. Ja, so eine Entscheidungsphase auf jeden Fall. Und dann kam hier dieser Aufwärts-Peak. So, dieser Aufwärts-Peak, meiner, ist hier geendet ungefähr, ja. Kannst du ja hier sehen, durch den Berg durch, zack. Das war so der Endzeitpunkt, wo man mal hätte überlegen können, okay, will ich eine Gewinnmitnahme machen oder nicht? Wäre sicherlich jetzt nicht unglücklich gewesen, ja. Unser Einstiegszeitpunkt war ja ungefähr hier so. Und, ja, also Pi mal Daumen wären das so 20% Rendite gewesen, ne. Die du dann da mitgenommen hättest in einem Zeitraum von, ja, von Januar bis September. Während 20% Rendite plus nochmal so 6%, ja, 6% Performance im Endeffekt in Form von Dividenden, ja, hättest du in 9 Monaten so deine 26% gemacht. Also eine relativ typische Aktienbewegung, würde ich mal sagen. Und, ja, das wäre so die Möglichkeit. So, jetzt kann es aber natürlich auch weitergehen, ja. Wir sind jetzt halt wieder in so einer Abwärtsphase. Und ehrlich gesagt weiß jetzt natürlich keiner, wie weit diese Abwärtsphase geht, so richtig. Man kann das immer nur vermuten. Und was man halt momentan sehen kann, ist halt, dass wir halt jetzt wieder in so eine Entscheidungsphase gekommen sind. Und das, was du jetzt halt machen könntest, wäre halt, dass du jetzt dort zum Beispiel reingehst, dich da drunter absicherst, weiß ich nicht, vielleicht hier sowas, 6, 7% oder so. Könntest du auch noch kürzer gehen, vielleicht sowas, so 4%, 3,5%, irgendwie sowas um den Dreh, ja. Und sicherst dich dann unterhalb von diesem Level ab. Wichtig ist, nicht hier irgendwie so auf einen Peak genau oder sowas. Ja, also das ist totaler Quatsch, ja. Sieh zu, dass du da ein bisschen Puffer hältst, ja. Wie du das ganz genau machst, kannst du auch bei uns auf der Ausbildungsplattform dir angucken. Und wenn du da mehr zu wissen willst, ja, ruf uns einfach mal an. Oder melde dich einfach bei focusinvestor.de an, dann melden wir uns bei dir. Und, ja, dann können wir das alles klären. Also das kriegen wir alles hin. Und deswegen könnten wir das so auf jeden Fall machen. So, für wen ist diese Strategie jetzt überhaupt was, ja. Die Strategie ist jetzt natürlich vor allem für Trendfolgeleute interessant, ja. Also man kann jetzt sicherlich sagen, okay, pass auf, wir sind jetzt in einem Aufwärtstrend. Das ist, denke ich, klar, ja. Also wer jetzt noch sagt, dass wir nicht mehr in einem Aufwärtstrend sind, weiß ich nicht genau, ja. Vielleicht ist das dann jemand, der hier dieses übergeordnete Bild sich anschaut. Und dann könnte man natürlich versuchen, das Ganze hier zu interpretieren. Ich mache das mal so ein bisschen raus hier alles. Dann könnte man sagen, okay, das hier ist unsere Abwärtsbewegung, die wir gerade haben. Aber aus der sind wir dann auch ausgebrochen gerade, ne. Die zweite Argumentation, die man meiner Meinung nach noch sinnvoll momentan haben könnte, wäre zu sagen, ja, okay, wir sind hier in so einer Seitwärtsphase aktuell. Ja, also wir pendeln hier so hin und her in so einer Seitwärtsphase. Und auch das ist, denke ich, eine passable Annahme, die man momentan machen kann. Es hängt einfach an deinem Zeithorizont. Je nachdem, wie du deinen Zeithorizont definierst, kommst du auf unterschiedliche Ergebnisse. Aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass das so die beiden übergeordneten Bewegungen gerade sind. Wir haben hier tendenziell diesen Abverkauf jetzt gehabt, der hier runter auf das Level gefallen ist, das ein sehr starkes Level ist. Ja, auch hier wieder. Du musstest kein Raketentechniker sein, ja, um auf die Idee zu kommen, da unten vielleicht mal zu investieren. Wenn du dann noch so ein paar gute Trigger hast, also ein paar Auslöser, wo du sagst, okay, das sind die Momente, wo ich investiere. Da habe ich so vier Stück, ja. Und dann ist das durchaus eine machbare Sache hier am Aktienmarkt, meiner Meinung nach, naja, erfolgreich zu sein, ja. Und, ja, das heißt, es kommt so ein bisschen auf deinen Ansatz an. Insbesondere für Trendfolger kann das gerade eine sehr interessante Situation sein. So, es gibt noch zwei weitere Strategien, die man anwenden könnte. Das ist eine Buy-and-Hold-Strategie oder das ist eine Nachkauf-Strategie bzw. eine Sparplan-Strategie, die man hat. Und, ja, lass uns das auch noch mal kurz diskutieren. Eine Sparplan-Strategie. Was könnte die Idee sein, man sagt, man will ein Portfolio aufbauen, zum Beispiel aus Dividendenaktien, man hat vielleicht charttechnisch noch nicht so die Ahnung, ja. Also, ich sage mal, ich mache das jetzt ja seit 20 Jahren und habe natürlich immer weiter versucht zu lernen und immer besser zu werden, um diese Tiefpunkte abzupassen. Und diese Skills, die hat natürlich nicht jeder, sondern eigentlich keiner, zumindest auf dem Level, auf dem ich da so unterwegs bin. Und deswegen kann ich natürlich gut verstehen, wenn du sagst, hey, boah, das schaffe ich nicht, die Tiefpunkte abzupassen. Und deswegen will ich da so eine Kompromisslösung machen. Ich habe keine Ahnung, wann der Tiefpunkt ist. Charttechnisch verstehe ich das noch nicht so richtig. Also kaufe ich jetzt einfach jeden Monat die Aktie. Ich bin davon überzeugt, BRT ist eine sinnvolle Aktie und dann ziehe ich das durch. So, BRT als Dividendenaktie, als High-Yield-Dividendenaktie, ist, glaube ich, meiner Meinung nach insbesondere geeignet so für so ein Rentenportfolio, ja. Also, wenn du regelmäßig Geld aus deinem Portfolio rausziehen willst, ich habe da so ein paar Kandidaten, die so Rentner auf den Philippinen sind, ja, und da ihr Vermögen quasi verwalten und dann aus den Dividendenerträgen sich dort ein nettes Leben machen, weil, ich meine, da kann man ja mit 1.000, 2.000 Euro im Monat kann man ja sehr schön leben. Und ja, wenn man das dann einfach mal ausrechnet, dann braucht man gar nicht so viel, um das umzusetzen. Ich sage mal, eine realistische Dividendenrendite, die du so für so ein Gesamtportfolio erreichen kannst, sind so 5 bis 8 Prozent. Also, wenn du wirklich so auf so High-Yield-Aktien setzt, ja, habe ich mein Depot zweimal mit verdoppelt mit der Strategie. Also, es ist wirklich eine coole Strategie, die man durchaus machen kann, ja, dass man wirklich versucht, auf diese High-Yield-Aktien zu gehen. Und ja, wenn man das dann mal ausrechnet, können wir vielleicht einfach spaßeshalber mal machen, ja, jetzt kommen wir heute so ein bisschen ins Quatsch, dann macht ja nichts. Dann ist es ja so, wenn du 2.000 Euro zum Leben brauchst im Monat, dann sind das ja im Endeffekt 24.000 Euro, die du im Jahr brauchst, ja. Ja, so, von den 24.000 Euro müssen wir natürlich noch ein bisschen Steuern zahlen, ja. Das heißt, wir brauchen nicht 24.000 Euro, sondern wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich geteilt durch 0,75. Dann müssen wir noch 25 Prozent Steuern zahlen. Das stimmt nicht ganz, weil wenn du kein Einkommen hast, dann werden deine Kapitalerträge nicht mit 25 Prozent besteuert, sondern mit dem normalen, regulären Steuersatz. Das heißt, in dem Fall wäre es weniger. Das ist also jetzt eine sehr konservative Schätzung an der Stelle mit den 25 Prozent, ja. Wenn du davon, ich sag mal, einfach so leben würdest, dann wäre das eigentlich kein Problem. Aber so ungefähr 32.000 Euro pro Jahr bräuchtest du dann. Wenn wir jetzt mit 8 Prozent rechnen, wäre es halt so, dass du 400.000 Euro Portfolio bräuchtest und dann natürlich 8 Prozent Dividende daraus ziehen könntest, ja. Wenn wir jetzt mit 5 Prozent rechnen, was so ein bisschen die konservativere Schätzung wäre an der Stelle, bräuchtest du 640.000 Euro. Und ja, auch das ist auf jeden Fall eine machbare Sache, ja. Also insbesondere, ich meine, viele haben ja irgendwie hier vielleicht ihr Haus gehabt oder so und wenn man jetzt vielleicht das Haus veräußern würde, das in ein Aktienportfolio umschichten und dann dort einfach günstig zur Miete irgendwo wohnen würde, dann wäre das sicherlich eine sehr passable und gute Strategie an der Stelle. Und wie gesagt, wir haben jetzt ja hier durchaus eine sehr konservative Schätzung vorgenommen. Also für solch ein Portfolio, ja, ist das die perfekte Aktie. Dann dazu kommt noch, du hast dann ja auch nicht so einen unendlich langen Horizont. Ich weiß jetzt nicht, wann du in Rente gehen willst, ja, aber sagen wir mal, du bist jetzt 65 oder so. Dann ist es jetzt ja so, dass so das Durchschnittsalter, was so erwartet wird, die nächsten 20 Jahre sind. Und jetzt ist dann ein bisschen die Frage, wird es britische Märkten Tobacco die nächsten 20 Jahre geben und zahlen sie wirklich die nächsten 20 Jahre diese Dividende? Weil du musst natürlich dich da so ein bisschen drauf verlassen können. Und ich würde sagen, die Chancen stehen ganz gut. Also ich hätte ein gutes Gefühl dabei, die Aktie in solch ein Portfolio aufzunehmen. Und man muss ja auch dazu sagen, sollte es so sein, dass die Dividende irgendwann wegfällt, ja, dann könnte man natürlich auch dazu übergehen, ich sage mal, das Vermögen zu konsumieren. Ja, und dann hätte man sicherlich nochmal 10 Jahre Reserve. Ja, und ja, das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein, meiner Meinung nach. So, wie sieht es mit einer Buy and Hold Strategie aus? Ja, der Preis jetzt wirkt so auf den ersten Blick erstmal ganz okay, ne? Also wir sind im unteren Drittel, würde ich sagen, hier so in dieser Preisrange, die wir jetzt so als letztes hatten. Ob wir nochmal da oben hochkommen oder nicht, das weiß natürlich keiner. Ja, dazu können wir uns zum Beispiel mal anschauen, was Guru Focus gerade sagt, wo so der faire Wert liegt. Ja, hier seht ihr das, das ist die faire Wertentwicklung. Und für die Zukunft soll dieser faire Wert leicht runtergehen, beziehungsweise, ja, so auf dem aktuellen Level bleiben. Also du siehst, du hast keine Wachstumsaktie in dem Fall, ja, sondern du hast nur das Unternehmen plus die Dividende im Endeffekt. Und das heißt, du kannst halt eigentlich nur erwarten, dass du hier irgendwie dich in dieser Range hier bewegst. Und vom aktuellen Level, ja, sind wir so 10% unterbewertet, ne? Und dann könnten wir jetzt hier vielleicht so bis plus 30% könnte es nach oben gehen. Und das wäre so der Bereich, wo ich dann überlegen würde, vielleicht halt auch wieder rauszugehen. Das Schöne ist, bei der Aktie kannst du halt lange warten. Also Strategie wäre so ein bisschen, du kaufst das Ding, lässt das Ding liegen. Entweder so als Buy-and-Hold-Investment oder halt so im Sinne von, ja, okay, pass auf, ich lasse das jetzt liegen, kassiere meine 8% Dividende. Und wenn ich irgendwann innerhalb der nächsten 2-3 Jahre dann mal bei plus 30% hier bin, und das wären dann natürlich eher so 40-50% plus, dann verkaufe ich meine Position, ja? Dann hast du 8% pro Jahr gemacht, plus 40% innerhalb von 3 Jahren oder sowas. Ja, dann reden wir davon, dass du eine Rendite hast, so 18% oder so, was ja eine prima Rendite wäre an der Stelle. Und auch das halte ich durchaus für eine kluge Sache. Was du natürlich dann riskierst, im Endeffekt wäre, dass du hier vielleicht nochmal so 20-30% verlieren. Könnte man dann nochmal für einen Nachkauf nutzen. Und ja, das wäre so meine aktuelle Einschätzung auf jeden Fall zu British American Tobacco. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Falls du bis hierhin geguckt hast, lass mal einen Daumen nach oben da. Hier habe ich ein Video für dich, da erkläre ich dir den Freedom Broker. Wenn du noch auf der Suche nach einem Broker bist, was die Vor- und die Nachteile sind und warum das der perfekte Broker für Aktien ist, meiner Meinung nach. Und hier habe ich noch ein weiteres Video. Von daher sehen wir uns Donnerstag im Investment Club. Mach's gut. Ciao.